Was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute geht es um die Top 11 der Regionalliga Hinrunde 23-24. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, welche Spieler ich so in die Top 11 stecken möchte und möchte euch ja meine Ideen mal so präsentieren. Kleiner Spoiler vorweg, ich habe natürlich nicht jedes Regionalliga Westspiel sehen können und natürlich noch nicht mal ansatzweise. Dementsprechend kann ich größtenteils nur meine Eindrücke aus den Highlight-Schildern bzw. ich habe das ein oder andere Top-Spiel, was dann auch auf Magenta Sport übertragen wurde, meistens habe ich gesehen. Dementsprechend sehr viele Eindrücke, vor allem von Wuppertal oder Aachen oder auch noch anderen ziemlich guten Teams und ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Auswahl leben. Ich habe da auch nicht nur blind einfach nur nach Scorer-Werten geurteilt, sondern auch von dem, was ich so von den Spielern aus den vergangenen Jahren weiß bzw. was ich dann jetzt auch in dieser Saison von ihnen gesehen habe. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal mit dem ersten Spieler hier an, den ich einfüge. Und das ist nämlich der Torwart vom 1. FC Bocholt, Lukas Fox, der auch ein luxemburgischer Nationalspieler ist, der schon eine Menge Erfahrung auch international gesammelt hat und der einfach eine absolut überragende Hinrunde jetzt gespielt hat für Bocholt, hat in 19 Spielen nur 17 Gegentore bekommen, neunmal die Null gehalten, also knapp 50%-Quote. Und ja, ist absolut ein Grund dafür, dass Bocholt überhaupt da oben steht auf Tabellenplatz 1 zur Hinrunde bzw. zur Winterpause, dass sie eben diese zwei Punkte Vorsprung für Aachen noch haben. Einfach eine überragende Defensive insgesamt und da ist Lukas Fox mit seinen überragenden Paraden, er gefällt mir auch, muss ich sagen, extrem gut, immer beim Rauslaufen, fängt da auch eine Menge ab. Und ja, ist einfach aktuell definitiv der beste Keeper der Liga, ganz knapp für mich, Foyonen von Aachen, aber da hat eben alleine die Quote für mich den Ausschlag gegeben, dass dann eben Fox die Nummer 1 ist in meiner Elf. Ja, kommen wir auch schon zu meinem zweiten Spieler und da werden wir sehen, dass das ja ein Teamkollege von ihm ist, nämlich Lukas Frenkert, den die Bocholter im Sommer ausgeliehen haben von Preußen Münster aus der 3. Liga, der dort ja eine relativ schwierige Zeit hatte, so in den letzten anderthalb Jahren, hatte sich da, glaube ich mal, an der Schulter oder am Arm verletzt, dadurch einige Zeit ausgefallen, als es dann im Ausstiegskampf gegen RWE ging und danach auch nicht mehr so wirklich gesetzt gewesen, nachdem er ja zurückgeholt wurde, ist ja damals nach Schalke bzw. Schalke 2 gewechselt vom Preußen Münster aus, als Münster noch nicht so diese ganz, ganz hohen Ausstiegsambitionen hatte und ja, hat sich dann bei Schalke 2 nicht so wirklich, ja, ich sag jetzt mal so ins Rampen nicht gespielt, dass er dann vielleicht noch für die erste in Frage gekommen wäre, ist dann nach Münster zurückgegangen und ja, wie eben schon angesprochen, ist das nicht ganz so glücklich verlaufen, wie mit seinen Verletzungen auch, jetzt bei Bocholt wirklich überragend in der Hinrunde, seitdem er da ist, hat er jedes Spiel gemacht, 14 Spiele hat er für Bocholt gemacht und in dieser Zeit hat man achtmal zu null gespielt, also über 60% der Spiele zu null und nur ein einziges Mal überhaupt zwei Gegentore bekommen, das war dann beim letzten Spiel in Rödinghausen, macht also in 14 Spielen knapp, ja, sieben Gegentore, das ist, ja, ein unfassbarer Wert und zeigt einfach, was er, ja, für die Mannschaft leistet, das immer wieder, fällt er mir auch in den Highlights positiv auf, ist auch relativ groß gewachsen dafür, dass er vor allem die meiste Zeit über in seiner Karriere Außenverteidiger gespielt hat, sowohl links als auch rechts und ja, macht als Innenverteidiger einen überragenden Job, ich bin mir auch sicher, dass wir den in der nächsten Saison dann definitiv in der dritten Liga sehen werden, vielleicht bei Preußen Münster, die ja inzwischen auch eine Dreierkette spielen, da würde das an sich sehr, sehr gut passen, bin ich mal gespannt, ob er dann, ja, den endgültigen Durchbruch dann auch im Profibereich bei Preußen Münster schafft, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ist definitiv einer der besten Spieler in der Hinrunde gewesen. Ja, kommen wir auch schon zum ersten Spieler, der nicht vom 1. FC Bocholt ist, nämlich Tim Stadtmann, den die Oberhausener wiedergeholt haben aus Magdeburg, der dort, ja, eigentlich nur in der, ich glaube, 6. oder 7. Liga war es, ja, bei der zweiten Mannschaft von Magdeburg spielen durfte. Ich habe das sowieso nicht so wirklich verstanden, warum Magdeburg da so dran war, denn man hatte ja schon, als man Herbstmeister war in der dritten Liga, Interesse an ihm, da gab es auch schon Gerüchte über eine Ablöse von knapp 70.000. Das ist damals noch nichts geworden und, ja, dann hat man ihn ein halbes Jahr später, als man im Aussteiger war in der zweiten Liga geholt, hat aber bei Magdeburg keine Rolle gespielt und man hat ihn jetzt zurückgeholt, hat 15 Spiele gemacht bisher in dieser Saison, zwei Tore, ist immer wieder auch bei Standards gefährlich und ist für mich auch der Hauptgrund dafür, dass Oberhausen, neben natürlich einem Spieler, zu dem wir später noch kommen werden, ja, überhaupt noch so weit oben steht, weil er einfach die Defensive sehr gut zusammenhält. Gerade dadurch, dass Nico Klaas in dieser Saison sehr viel verletzt gefehlt hat, jetzt erst in den letzten Spielen wieder zurückgekommen ist, ja, hat er das sehr, sehr gut kompensiert da hinten, hat auch den anderen Spielern ja immer wieder, sage ich jetzt mal, aus der Patsche geholfen, denn beispielsweise ein Tanju Öztürk, der da öfters mal in der Innenverteidigung daneben spielt, der ist natürlich nicht gerade einer der schnellsten Verteidiger. Das ist sein Tempo sehr, sehr wichtig und, ja, man sieht definitiv, das ist einer der Kategorie, der hat mal höher gespielt, also auch ein Spieler, bei dem ich denke, dass der, dadurch, dass bei RWO die Ausstiegsambition oder die Chance nicht allzu hoch ist, dass wir den in den nächsten ein bis zwei Jahren auch wieder im höherklassigen Fußball sehen werden. Ja, kommen wir dann auch zu dem ersten Spieler von Alemannia Aachen. Ich denke, die meisten von euch, die das Video schauen, haben schon drauf gewartet, nämlich Mika Hanratz, der ja sich ganz, ganz unglücklich am ersten Spieltag gegen Wuppertal verletzt hatte. Da hatte man schon fast die Befürchtung, dass das ja eher Richtung Hinrunden ausgehen könnte, ist dann allerdings doch überraschend schnell wieder zurückgekommen und ist definitiv auch einer der Hauptgründe dafür, dass die Alemannia in den letzten Wochen seit dem Trainerwechsel von, ja, Helge Hohl zu Backhaus, dass es da wieder deutlich besser läuft und dass man vor allem einfach diese defensive Stabilität hat, die die, ja, sozusagen Ausgangsbasis dafür ist, dass man eben solche Spiele wie zuletzt auch gegen Düren oder gegen Lippstadt wieder knapp gewinnt, dass man einfach, ja, im Prinzip gar nicht mehr zwei Gegentore bekommt. Da gab es dann eine Ausnahme eben gegen den 1. FC Bocholt bei der 0-3-Niederlage, aber, ja, definitiv ein Grund dafür, dass Aachen jetzt auch defensiv so gut steht und stabilisiert damit dann auch beispielsweise so Abwehrspieler, die schon, ja, ganz schön gescholten wurden, wie zum Beispiel Jan-Luka Rumpf und, ja, einen absoluten Faktor dafür, dass die Alemannia jetzt wirklich sehr, sehr nah dran ist oben und alle Chancen hat, in der Rückrunde wieder anzugreifen. So, kommen wir dann auch zu dem 1. Spieler von Fortuna Köln, die ja auch eine durchaus sehr gute Runde spielen bis hierhin, die zwar nicht ganz so den Anschluss geschafft haben an die beiden oben, aber da definitiv noch in Schlagweite sind und das ist Dominik Ernst, ein, ja, sehr erfahrener Spieler in der Regionalliga West, früher bei Schalke 2 und dann auch ein paar Jahre bei Alemannia Aachen gespielt und auch dort immer wieder positiv aufgefallen, nicht umsonst, ja, dann auch in die 3. Liga gewechselt, dort gespielt, unter anderem für Fortuna Köln und dann eben auch Saarbrücken zuletzt, hat, ja, ist immer wieder aufgefallen, einfach durch seine sehr aggressive Spielweise, ist jemand, der sich eine Menge zutraut, auch auf Außen, auch Offensiv, der immer wieder Dampf macht und, ja, auch so ein kleiner Drecksack, so diese typische Kategorie von den, solche Spieler, die es früher einfach öfter gab, da denke ich zum Beispiel an so einen Olivier Kajas beispielsweise oder an, ja, Michael Lejean, der auch bei Aachen gespielt hat, das waren, ja, solche Spieler, die gab es einfach früher öfter und Dominik Ernst ist noch so ein Vertreter von diesen Spielern und ist einfach ein Spieler, der einfach wirklich immer, ja, 100% gibt und auch ganz, ganz wichtig ist, einfach solche Spieler dann in den eigenen Reihen zu haben, gerade bei solchen schlechten Plätzen dann auch im Winter und, ja, ist mir immer wieder positiver aufgefallen und daher auch absolut verdient, ja, in meiner Elf. So, kommen wir dann auch zum nächsten Spieler von Rot-Weiß Oberhausen, das ist nämlich Moritz Stoppelkamp, ja, und was soll man zu Moritz Stoppelkamp großartig sagen, er ist definitiv einer der besten Spieler dieser Liga und der MSV muss ganz schön dafür bluten, dass man ihn abgegeben hat im Sommer, denn, ja, genauso ein Spieler, der mit seiner Schusstechnik sowohl bei Standards als auch aus der Distanz immer wieder für Gefahr sorgt, der auch, ja, sehr gute Flanken schlagen kann, so ein Spieler fehlt dem MSV brutal und er ist der Grund dafür, dass Oberhausen sich überhaupt noch, ja, irgendwelche Hoffnungen machen darf, nochmal wirklich ins Aufstiegskampfrennen einzugreifen, denn, ja, gerade was er auch am Anfang der Saison gespielt hat, vor allem dieses Highlight-Spiel natürlich gegen Alemanni Aachen zu Hause, das war einfach sensationell, seine Steckpässe immer wieder brandgefährlich, damit hat er auch immer wieder Sven Kajer beispielsweise gefunden und, ja, auch mit seinen Standards natürlich, er ist ein Leader, einer, dem man immer den Ball geben kann und der immer weiß, was er damit zu tun hat und eigentlich auch immer wieder torgefährlich wird und, ja, was soll man dazu sagen, 18 Scorer-Punkte in 17 Spielen, das ist mehr als überragend, das ist mehr als einer im Schnitt und, ja, mehr muss man zu Moritz Stoppelkamp auch gar nicht wissen, er ist einfach immer noch, trotz seines Alters, ein absoluter Top-Spieler in der 4. Liga und wäre mit Sicherheit auch in der 3. Liga genau noch auf dem Niveau der Vorjahre und, ja, einfach überragend. Und damit kommen wir auch zum dritten, beziehungsweise, nee, zum zweiten Spieler von Alemanni Aachen bis hierhin, das ist nämlich Lukas Czepernik, der jetzt insgesamt sieben Tore geschossen hat in der Hinrunde, keine Vorlage, hat verschiedenste Positionen gespielt, zuletzt auch öfters mal linksaußen, allerdings auch im offensiven Mittelfeld, deswegen habe ich ihn jetzt hier hingestellt und bin da auch ein paar andere Spieler übergangen, wenn man so will, denn beispielsweise auch ein Patrick Tricks, Zwartzig oder ein Adrian Bravo Sanchez, die jeweils beide 13 Scorer-Punkte haben, der eine 4 Tore, 9 Vorlagen mit Sanchez und Zwartzig eben 9 Tore, 4 Vorlagen für Gütersloh. Das sind auch überragende Spieler gewesen anhand der Scorer, aber Lukas Czepernik ist für mich eben, alleine aufgrund der Vorjahre auch, als er ja beispielsweise auch schon bei Rot-Weiß Essen in der Regionalliga damals richtig stark war, damals ja dann auch zum MSV Duisburg gewechselt ist in die 3. Liga, die ja da noch ein 2. Liga-Absteiger waren und da auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat, als man den Ausstieg ganz knapp verpasst hat. Der ist für mich jetzt einfach wieder in dieser Form, wie man ihn von damals kannte, einfach ein extrem guter Spieler am Ball, beziehungsweise auch einer, der einfach mal einem Mann vorbeigehen kann im zentralen Mittelfeld, weil er einfach einen sehr, sehr guten Antritt hat und er ist eben auch in den letzten Wochen ein absoluter Garant dafür gewesen, dass die Alemannia eben diese Siegesserie eingefahren hat. Ja, beispielsweise auch zuletzt in Wuppertal getroffen oder auch jetzt bei dem Sieg gegen Lippstadt zum wichtigen Ausgleich und ja, für mich einfach ein überragender Spieler, der eigentlich in der Regionalliga nichts zu suchen hätte. Bei ihm sind da so ein paar Sachen, ja, ich sag jetzt mal so ein paar Karriereentscheidungen nicht ganz so glücklich verlaufen, gerade dieser Wechsel zu Türgütsche München, der war ein bisschen unglücklich, ja, das hat dann nicht ganz so funktioniert, beziehungsweise dann auch mit der Insolvenz des Vereins und ist dann jetzt eben über Kahn-Marienborn zu Alemannia Aachen gewechselt und das macht sich absolut viel bezahlt und ist da einer, der definitiv besten Spieler gerade im zentralen Mittelfeld hatte, die Alemannia große Probleme dieser Saison, dann muss man ja nur an den Kapitän Bastian Müller erinnern und ja, wenn er da gespielt hat, auch immer sehr, sehr auffällig gewesen, von daher eine verdiente Nominierung für die Elf der Hinrunde. Und dann kommen wir zu einem Namen, auf den alle Aachen haben mit Sicherheit schon eine ganze Weile gewartet haben, nämlich Anton Heinz, den ich jetzt hier als linken Schienenspieler sozusagen spielen lasse, ja, der auch verschiedene Positionen in dieser Saison schon gespielt hat, sowohl im Sturm als auch ein bisschen zurückgezogen, als auch auf der linken Seite, ja, je nachdem, wo Backhaus ihn dann zum Beispiel am liebsten gesehen hat, beziehungsweise wo er am besten gepasst hat, zuletzt eben dann vor allem eher weiter vorne, ist ja ein Spieler, der dann vor allem über seine Schusstechnik kommt und da natürlich besonders über seine Standards und Freistöße, da muss man natürlich alleine dieses Spiel gegen den Wuppertaler SV nennen, bei denen er drei direkte Freistöße verwandelt hat, was so kaum einem Spieler überhaupt bisher, zumindest aufgezeichnet, irgendwo gelungen ist und ja, einfach eine Wahnsinnsschusstechnik, die er schon letztes Jahr gezeigt hat oder in den letzten Jahren bei Oberhausen und das hat sich definitiv nicht verschlechtert, hat ja beispielsweise auch Elfmetertore noch gemacht, also kommt eben sehr viel einfach über Standardsituationen, deswegen ist es auch fast gar nicht so wichtig, wo man ihn im Feld zu spielen lässt, Hauptsache, ja, er kann etwas Produktives zumindest dazu beitragen, hat ja immerhin auch fünf Vorlagen insgesamt, ich kann mich da auch noch an seine traumhafte Flanke erinnern, in Lippstadt, ganz am Anfang der Saison beim 3-1-Auswärtssieg, das war auch eine sehr schöne Flanke, ich glaube, auf den Kopf von Strujic und ja, ist einfach ein Wunderfuß, den er da hat, den Linken, wenn er noch ein bisschen besser im Spiel wäre, dann wäre er mit Sicherheit auch schon in diesem Sommer ja, gewechselt in die dritte Liga und hätte natürlich auch noch Potenzial für mehr, aber da mangelt es ihm noch so ein wenig, dass er ja einfach nicht so wirklich so diese Anspielstation ist im Spiel, im normalen Spiel ohne Standardsituation, wie es beispielsweise im Rutsch-Doppelkampf ist, da muss er noch arbeiten, dann wird er mit Sicherheit auch die nächsten Schritte im Profifußball gehen können, unabhängig davon, ob er eben mit Alemannia Aachen aufsteigt oder nicht, dann kann es noch deutlich höher für ihn gehen, aber für den Moment einfach ein Top-Spieler und ja, ich denke, jeder Aachen hat eine Menge Spaß gerade mit Anton Heinz. Aber Anton Heinz ist natürlich nicht der absolute, ja, wie soll man sagen, Überflieger in dieser Regionalliga-Saison, denn das ist ganz klar ein anderer Spieler, das ist Justin Diehl, der ja auch schon sich seinen Namen so im Profibereich gemacht hat, in der Hinsicht, dass es ja eine gewisse Kontroverse um ihn gibt, dass eben Steffen Baumgart ihn nicht spielen lassen will, weil er eben seinen Vertrag nicht verlängert und nur noch Vertrag bis 24 hat und ja, dann gibt es Spieler eben, die verhalten sich dann auch wie eine Diva, die halten sich vielleicht schon für den Allergrößten, auch wenn sie gerade erst aus der A-Jung kommen, nicht aber Justin Diehl, der ja von Anfang an in dieser Regionalliga-Saison gezeigt hat, dass er ein absolutes Ausnahmetalent ist, hat jetzt in 19 Spielen 12 Tore und 9 Vorlagen gemacht, also ja, 2 Scorer mehr als der 1er-Schnitt und ja, was soll man zu ihm sagen, er ist unglaublich gut im Dribbeln, es ist auch manchmal so, dass er sich so ein bisschen zu verfangen scheint im Dribbling und dann doch irgendwie mit dem Ball durchkommt und dann einschiebt und vor dem Tor bleibt er auch meistens eiskalt und ja, er ist einfach ein absolut überragender Spieler, der für die Regionalliga-Verteidiger einfach nicht zu halten ist, das erinnert mich auch so ein bisschen damals an Ansgar Knauf, der auch immer wieder bei Dortmund 2 ja, relativ einfach an den Gegnern vorbeigekommen ist oder auch ein Richmond Tatschi in der Saison bei Dortmund 2. Ja, solche Spieler sind eben für Regionalliga-Verteidiger kaum zu verteidigen und das merkt man auch immer wieder bei ihm und ja, ich bin mir auch sehr sicher, dass wir den nächstes Jahr mindestens, also wir werden ihn mit Sicherheit bei einem Bundesligisten unter Vertrag sehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er direkt wieder verliehen wird in die 2. Liga, aber sollte das so sein, dann wird er mit Sicherheit auch in der 2. Liga für Furore sorgen, denn ja, bei Justin Diehl, da gibt es aktuell praktisch keine Decke, keine Glasdecke, sondern da kann ich mir sehr, sehr gut auch bei ihm vorstellen, dass es mal wirklich Richtung Champions League und so weiter geht, denn die Anlagen, die sind bei ihm auf jeden Fall da. Ja, kommen wir dann zu einem Spieler, den mit Sicherheit nicht jeder von euch direkt auf dem Zettel hat und das ist nämlich Mika Schrörs, der in den vergangenen beiden Jahren schon jeweils 10 und 11 Scorer-Punkte gesammelt hat und ja, die hatte er in dieser Saison schon relativ schnell geschafft, hat jetzt in 17 Spielen 6 Tore und 5 Vorlagen, also 11 Scorer-Punkte, hat also alleine anhand dessen schon, ja, seine Werte deutlich gesteigert beziehungsweise schon deutlich früher erreicht, woran man schon seine Weiterentwicklung auch erkennen kann und auch in Spielen, die ich von ihm gesehen habe, ist mir einfach aufgefallen, dass das wirklich ein sehr, sehr spielintelligenter Spieler ist, der auch den einen oder anderen Scorer-Punkt mehr hätte haben können, wenn beispielsweise die Gladbacher Stürmer seine Vorlagen besser verwertet hätten, ja, ist mir da immer wieder gut aufgefallen, dass er beispielsweise vor dem Tor sehr ruhig bleibt und dann einfach noch in die Mitte ablegt, wenn der Mitspieler besser postiert ist, also auch ein sehr mannschaftsziehnlicher Flügelspieler, den ich definitiv mindestens jetzt auch in der dritten Liga sehe, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass Rot-Weiß-Essen ja auf der Suche nach neuen Flügelspielern ist, dass man auch an Mika Schrörster denken wird, denn, ja, ich denke, der würde da sehr, sehr gut hinpassen, kommt vermehrt über die linke Seite, hat aber auch schon auf der rechten Seite das ein oder andere Spiel gemacht in dieser Saison, deswegen habe ich ihn jetzt dort aufgestellt und ich bin mir auch sehr sicher, dass er ohne Probleme in der dritten Liga funktionieren würde, im Prinzip bei jedem Team, weil er auch einfach sehr, sehr gut am Ball ist und, ja, ich bin mal gespannt, wo seine Reihenrisse noch hingehen wird, für die erste Mannschaft von Gladbach dürfte es nicht reichen, aber die dritte Liga als nächstes Ziel, ja, ich denke, das sollte er auch in diesem Winter schon in Angriff nehmen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spieler und das ist Charlizehsen-Benshop. Ja, Charlizehsen-Benshop hat in dieser Saison in 18 Spielen 17 Scorer-Punkte gesammelt mit 10 Toren und 7 Vorlagen und das verrät auch schon wirklich sehr, sehr viel einfach über diesen, ja, Spielertypen, über Charlizehsen-Benshop, der, ja, vor der Saison sehr, sehr überraschend dann auf einmal noch kurzfristig zum Wuppertal SV dazugestoßen ist. Die hatten ja bereits schon einen, ja, etwas pulligeren Mittelstürmer mit Damian Macheta und der ja auch in der Vorsaison für Rödinghausen sehr gut getroffen hatte und da war dieser Transfer durchaus überraschend, auch ein Spieler, den man jetzt nicht so wirklich auf dem Zettel hatte, den man natürlich aus seiner Vergangenheit sehr gut kennt, aber dass der in die Regionalliga wechseln würde, das war definitiv nicht vorherzusehen und es war aber so, dass er praktisch ab dem ersten Spiel, obwohl er kaum da war, ja, mit dem herausgeholten, ich sag jetzt mal, Elfmeter, ja, in Aachen, alle wissen Bescheid, das war natürlich ganz klar ein Meter vorher, aber auch da hat er schon gezeigt, wie sehr er der Mannschaft helfen kann und das ist eben in der Hinrunde komplett, hat er das so durchgezogen, ist einfach ein Spieler, der sehr gut auch die Bälle festmachen kann, der auch für sein Alter, ich glaube, er ist knapp 33, 34 Jahre alt, noch sehr, sehr gut auf den Füßen, einfach ist, noch sehr, sehr schnell, das hätte ich ihm so nicht zugetraut, aber, ja, ist ein Spieler, der einfach wirklich den Unterschied macht beim WSV, das merkt man immer, sobald er irgendwie reingekommen ist in den Spielen oder, ja, in den Schlussminuten gerade, war er sehr, sehr häufig einfach daran beteiligt, dass man diese Spiele gerade am Anfang der Saison noch gedreht hat, bleibt immer wieder sehr, sehr cool vor dem Tor, macht auch die Elfmeter meistens souverän rein und ist einfach ein sehr, sehr kompletter Stürmer, man merkt einfach auch da wieder die Kategorie, der hat mal höher gespielt, das merkt man bei ihm wirklich brutal und er ist immer noch zu gut für diese Liga trotz seines Alters und ist für mich ganz klar der kompletteste Stürmer, den diese Regionalliga zu bieten hat, ganz klar auch noch vor einem Fakro beispielsweise von Bocholt, da sehe ich Benchhoff nochmal auf einer ganz anderen Kategorie und natürlich gibt es noch einen Spieler, den ihr jetzt sicherlich alle in meiner Top-Elf erwartet habt, nämlich Kevin Goden vom 1. FC Düren, der in 16 Spielen 18 Scorerpunkte gesammelt hat mit 12 Toren und 6 Vorlagen, da muss ich persönlich allerdings sagen und das ist ja nur meine persönliche Meinung, dass ich nicht glaube, dass Kevin Goden ja dieses Niveau beispielsweise in der dritten Liga halten könnte, beziehungsweise das auch nicht bei jedem Verein und also nicht bei jeder Spielweise und das ist für mich so der entscheidende Punkt gewesen, warum ich dann doch eher einem Benchhoff und einem Schreurs beispielsweise den Zuschlag gegeben habe für meine Top-Elf, weil ich bei Kevin Goden eben schon eine gewisse Limitierung sehe, ich habe insgesamt zwei Spiele glaube ich von ihm gesehen, untereinander spielen Aachen und es ist schon so, wenn er keine Bälle bekommt, dann hat er auch nicht diesen ganz großen Mehrwert für sein Team, weil er vor allem ein sehr, sehr schneller Spieler ist, der geschickt werden muss, der dann auch vor dem Tor oftmals eiskalt geblieben ist, also da hat er sich definitiv im Vergleich zu den Vorjahren verbessert, hat er auch vor allem viel Rechtsverteidiger in seiner Karriere gespielt, also die Weiterentwicklung hat er definitiv genommen, aber ich glaube nicht, dass er so der gute Spieler mit dem Rücken zum Tor ist und das ist für die Mittelstürmerposition eigentlich sehr, sehr wichtig und das hat man ja beispielsweise auch in der Nationalmannschaft immer bei einem Timo Werner gesehen, dass das dann auch zum Problem wird, wenn man das nicht kann, wenn man dann eben nicht in dieses perfekte System reingesetzt wird als Spieler, wenn dann beispielsweise auch sich einfach der Trainer verändert beim eigenen Verein und so weiter und der dann auf einen anderen Stürmertyp setzt, da glaube ich, könnte es sehr, sehr schnell eng werden für Goden, deswegen bin ich mal gespannt, was er im Winter machen wird, der hat ja angeblich eine Ausstiegsklausel, die dann ja ihm ermöglicht, einfach ohne Ablöse den Verein zu verlassen und ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dann wirklich der MSV Duisburg mit seinem Ex-Trainer Schommers wird, da würde er mit Sicherheit bei Schommers ja logischerweise das System kennt, in dem er ihn ja praktisch perfekt reingesetzt hat, wo er dann so gut grenzen konnte, da würde es mit Sicherheit dann zur Rückrunde hin einigermaßen passen, aber ja, ich bin mal sehr gespannt, ob Goden auf dieser neuen Position für ihn im Profibereich dann wirklich Fuß fassen kann, ich habe dann noch so meinen Zweifel, deswegen habe ich ihn persönlich jetzt nicht mit reingegenommen, hätte natürlich seine Berechtigung auf jeden Fall aufgrund der Scorer-Werte gehabt, aber ja, das soll es dann auch mit meiner Top-11 der Hinrunde in der Regionalliga West 23-24 gewesen sein, lasst mir doch sehr, sehr gerne eure Meinung mal so in den Kommentaren da und schreibt mir auch gerne Spieler rein, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, die aber sehr, sehr, ja, vielleicht interessant mal zu beobachten sind, da gibt es mit Sicherheit bei vielen Vereinen so den einen oder anderen Spieler, der vielleicht nicht diese Scorer-Werte hat oder noch nicht diese Reputation in der Öffentlichkeit, der allerdings sehr, sehr starke Leistung bringt, also schreibt mir das vor allem mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, lasst ansonsten gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr dann die weiteren Videos nicht verpassen wollt, ich werde auch noch weitere Top-11 oder Top-Mannschaften der Hinrunde von anderen Ligen präsentieren in den kommenden Tagen, von daher bleibt da gerne dran, macht es ansonsten bis dahin gut, haut rein und ciao.